Es war einmal ein Jäger, der hatte den ganzen Vormittag gejagt und nichts erlegt. Zum Mittag war er hungrig. Er entledigte sich seiner Waffen, setzte sich unter einen Rhododendronbaum und packte sein Lunchpaket aus, um zu essen. Am selben Tag hatte ein Tiger in der Umgebung gejagt und nichts erbeutet. Als er den Menschen unter dem Baum sitzen sah, dachte er, oh, da ist er beim Mittagessen. Vorsichtig schlich er sich an den Jäger heran. Aber ein trockenes Blatt raschelte, der Jäger fuhr herum und entdeckte die Raubkatze. Er sprang auf. Sein Herz raste, die Nackenhaare sträubten sich und die Muskeln spannten sich. Dummerweise hatte er seine Waffen, Speer, Pfeil und Bogen drei Meter entfernt abgelegt. Ein Kampf war sinnlos. Ihm blieb nur die Flucht. Also rannte er los, so schnell er konnte. Doch es gibt ein altes Naturgesetz, das besagt, Tiger läuft schneller als Mensch. Und der Jäger musste feststellen, dass dem tatsächlich so war. Fast spürte er den heißen Atem des Raubtieres in seinem Nacken. Da sah er vor sich einen alten Brunnen. Gerade noch rechtzeitig sprang er hinein. Während des Sprungs sah er schon, dass der Brunnen trocken war. Aber gleichzeitig entdeckte er in dem Halbdunkel eine Pythonschlange, die sich gerade aufrichtete. Viele Gedanken rasten ihm durch den Kopf. Einer davon war, die Schlange wird seit längerem nichts gefressen haben. Zum Glück gab es in halber Tiefe des Brunnens eine Wurzel, die dort aus der Wand ragte. Beherzt griff er zu und klammerte sich an ihr fest. Da hing er nun in diesem Brunnen. Oben der knurrende Tiger, unten die Pythonschlange. Als er die Wurzel genauer musterte, um festzustellen, ob er auch sicher daran hing, sah er zu seinem Entsetzen neben dem knurrigen Holz ein Loch in der Brunnenwand und darin eine weiße und eine schwarze Ratte. Die Tiere nagten an der Wurzel und ließen sich auch nicht stören. Während er da nun so hing, entdeckte er eine Bienenwabe an einem Baum neben dem Brunnen. Der Duft des Honigs stieg ihm in die Nase und er dachte, ich muss etwas essen, damit meine Kräfte länger reichen. Der Tiger, der weiterhin versuchte, den Mann zu erwischen, stieß dabei mit den Hinterpfoten kräftig gegen den Baum, an dessen Zweig der Bienenstock hing. Durch die Erschütterung kippte der Bienenstock ein wenig zur Seite und Honig tropfte in den Brunnen. Der Mann streckte die Zunge heraus und erwischte etwas von der Süßigkeit. Mh, der Honig schmeckt wundervoll, sagte er und lächelte. Hi, ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und du hörst die vorletzte Folge der zweiten Staffel meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Ich habe die letzten Monate viel Zeit damit verbracht, einen Online-Kurs zu entwickeln und ich habe ein Buch geschrieben. Das war super viel Arbeit. Heute habe ich beides endlich veröffentlicht. Wenn diese Episode hier fertig aufgenommen ist, warten acht Folgen Sturm der Liebe und eine riesige Eistorte auf mich. Wie hat dir die Geschichte am Anfang gefallen? Sie ist sehr alt und fast überall im asiatischen Raum bekannt. Ich kenne sie in drei Varianten. Mit offenem Ende, mit tragischem Ende und mit eine Variante mit glücklichem Ende. Und damit ich dich nicht unbefriedigt mit diesem offenen Ende zurücklassen muss, erfährst du die beiden alternativen Enden am Ende dieser Folge. Ich werde dir heute ein bisschen was über den Teufel erzählen und außerdem bekommst du acht Fragen von mir an die Hand, die dir helfen werden, deine Orientierung im Burnout-Alltag wiederzufinden und zu behalten, damit du dich auf dein Ziel ausrichten kannst. Dein Weg aus dem Burnout zu finden. Wir haben uns in dieser Staffel so viel mit schwerwiegenden, anstrengenden Themen beschäftigt. Wut, Angst, Trauer, Machtspielchen, Abgrenzung von schwierigen Familienmitgliedern. Naja, und ich finde, es wird mal wieder Zeit für gute Geschichten, einfache Tipps und ein bisschen Philosophie zum Abschweifen. Denn zwischen der heutigen Folge und meinem Kurs besteht ein Zusammenhang. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt. Damit du deinen Weg aus dem Burnout finden und gehen kannst, ist es unverzichtbar, sich zu orientieren. Einen inneren Kompass zu finden, der dir sagt, welche Richtung die richtige ist und was du jetzt brauchst, damit es dir besser geht und damit es auch dauerhaft so bleibt. Ich selbst nutze zwei Werkzeuge, die mir helfen, mich zurechtzufinden, zu überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Die ich nutze, sollte ich mich doch mal verloren oder orientierungslos fühlen. Eins der beiden ist ein Mini-Werkzeug. Es ist schon mehrere tausend Jahre alt und kommt ursprünglich aus Südamerika. Es ist mein kleines Geheimnis. Und es ist klein genug, dass ich es heute mit dir im Podcast teilen kann. Das andere Werkzeug ist erst 50 Jahre alt, wurde in Europa entwickelt und eignet sich für Momente im Leben, in denen es dermaßen drunter und drüber geht, dass es nicht mehr ausreicht, nur einen Kompass für den Alltag zu haben, weil vielleicht eine komplette Neuausrichtung deines Lebens erfolgen muss oder du das Gefühl hast, den Wald vor Bäumen nicht mehr zu sehen. Um dieses tiefgreifende Werkzeug geht es in meinem Online-Kurs. Den Umgang mit ihm zu erlernen ist zwar überhaupt nicht schwer, aber es kostet ein klein wenig mehr Zeit, sich damit vertraut zu machen. Deshalb geht mein Kurs auch vier Wochen und so viel Zeit haben wir heute beide nicht für diese Folge. Bevor ich zu diesem Jahrtausende alten Hilfsmittel komme, lass mich Folgendes in den Raum stellen. Wie orientiert du bist in deinem Burnout oder in Lebenskrisen allgemein, hängt davon ab, ob du dir die richtigen Fragen stellst. Deswegen hol dir doch mal eben Zettel und Stift. Über Fragen habe ich schon so oft gesprochen in diesem Podcast. Daher werde ich es an dieser Stelle mal kurz und knackig halten. Es ist doch so, wenn du unglücklich, krank und oder orientierungslos bist, liegt es in deiner Natur, das ändern zu wollen. Ein großes Problem, vor dem fast jeder von Burnout-Betroffenen steht, ist, dass sich zwar irgendwann rauskristallisiert, dass es offenbar Dinge, Glaubenssätze oder auch Menschen gibt, die Stress in deinem Leben, deinen Alltag bringen. Und manchmal schimmern ja auch Ideen, gehen in dein Bewusstsein durch, wie du diese Glaubenssätze, diese Situationen und Konflikte oder körperlichen Beschwerden auflösen könntest. Aber irgendwie, ja, irgendwie fehlt der Ansatzpunkt. Denn es sind einfach zu viele Dinge, die möglichst alle gleichzeitig gelöst werden wollen. wie sollst du dich abgrenzen von Menschen, die dir nicht gut tun, wenn dir die Energie für die Auseinandersetzung mit ihnen fehlt. Aber wie gewinnst du Energie, wenn sie dich weiterhin mit Vorwürfen und Ansprüchen überhäufen? Solltest du dich zuerst um deinen Körper, deine Genesung oder doch um einen Jobwechsel kümmern? Beißt dich die Katze nicht in den Schwanz? Wenn du dich ausruhst, wirst du mehr Stress auf Arbeit bekommen. Wenn du den Job jetzt wechselst, hast du nicht genug Energie, um dich auf deiner neuen Arbeitsstelle von deiner besten Seite zu zeigen und so weiter und so weiter. Lebenskrisen wie das Burnout fühlen sich an wie eine Fahrt im Kettenkarussell. Mal dreht es sich schneller, mal langsamer. Aber am Ende doch immer nur im Kreis. Und selbst wenn ich versuche auszusteigen, ist nicht gesagt, dass ich nicht trotzdem erst mal kotzen muss, wenn ich wieder Boden unter den Füßen habe. Wie genau du einzelne Bereiche oder Themen angehen kannst, hast du in all den vielen vorhergehenden Folgen schon erfahren. Hier, an dieser Stelle, möchte ich dir jedoch erst mal acht Fragen an die Hand geben, die dir beim Sortieren von Prioritäten helfen werden. Schreib sie mit und du hast eine Checkliste für deinen Alltag. Okay, los geht's. Frage 1 Wo stehe ich gerade energetisch betrachtet? Wo stehst du gerade? Wie viel Energie hast du zur Verfügung? Wenn ich dir jetzt eine Art Energiethermometer in die Hand gebe, steht es im Plus- oder im Minusbereich? Und wenn beide bis 10 gehen, wo genau steht dein Energielevel? Bei Plus 10? Plus 3? Minus 1? Minus 10? Faustregel. Bei allem, was unter Plus 3 liegt, würde ich das Generieren von innerer Ruhe, Erholung und neuer Energie in den Vordergrund stellen. Denk an meinen Akku-Vergleich aus der allerersten Folge. Wenn du so nah an der Null bist, brauchst du neue Energie, sonst geht gar nichts mehr. Alles andere kann nur danach kommen. Wenn du wieder die Kraft dazu hast. Eine Frage, die ich mir übrigens regelmäßig am Donnerstag stelle, bevor ich mein komplettes Wochenende verplane. Ich hoffe, du hast den Stift nicht zu weit weggelegt. Es geht nämlich schon weiter. Frage 2. Wie viel Energie kostet mich diese Veränderung und gewinne ich währenddessen schon neue Energie? Faustregel. Jede Veränderung kostet uns Energie, selbst wenn sie uns danach Energie spart. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und Gewohnheiten zu verändern, selbst wenn es zu unserem Besten ist, kostet Energie. Denn unser Unterbewusstsein muss das Alte loslassen und sich gleichzeitig an das Neue gewöhnen. Puh. Wenn du an all das denkst, was du vielleicht gerne verändern würdest und dich fragst, wie viel Energie dich die einzelnen Optionen kosten, wirst du große Unterschiede feststellen. sich daran zu gewöhnen, ein Aufsteh- oder ein Abendritual einzuführen, ist anfangs auch nicht immer einfach. Hashtag innerer Schweinehund. Aber noch in der Ungewöhnungsphase wirst du schon Energie daraus schöpfen. Und zwar an jedem Morgen, an dem du merkst, dass es eine gute Entscheidung war, sich diese Zeit zu nehmen, weil du dann deutlich entspannter in den Tag startest. Wenn dein Energielevel gerade noch so bei plus drei steht und du dann aber anfangen willst, dich von schwierigen Personen in deinem Umfeld abzugrenzen, was ja am Anfang häufig mit Diskussion und naja, ein bisschen Anstrengung verbunden ist und dich das dann eben, bevor es besser wird, erstmal noch fünf Energiepunkte kostet, dann rutschst du ins Minus, wenn du vorher schon nur bei plus drei stehst. Wenn du nur noch bei drei Energiepunkten bist auf deiner Skala und du hast was so schwerwiegendes vor, dann ist das nicht der Moment, um diese Veränderung anzugehen. Die Auseinandersetzung mit schwierigen Personen in deinem Umfeld muss dann also noch an Weichen warten. Bist du wieder mehr Energie auf deiner inneren Skala hast? Die dritte Frage für deine Checkliste lautet Wohin will ich und ist das, was ich tue, zielführend? Kommen wir zu meiner Lieblingstheorie, die Theorie darüber, wie der Teufel arbeitet. Du kennst den Teufel schon. Er ist verführerisch, er verwandelt sich gerne in alles Mögliche, um es seinen Zielpersonen so schwer wie möglich zu machen, vernünftig und frei von Sünde zu sein. Jeder kennt ihn, manche fürchten ihn sogar, aber die wenigsten haben sich mit dem befasst, wofür er steht. Mein Opa ist Atomphysiker und obwohl ich sein naturwissenschaftliches Verständnis vor allem in Zahlen und Formeln so gar nicht geerbt habe, hat sich etwas, was er mir als Kind erklärte, stark eingeprägt. Er sagte, bezogen auf chemische Elemente und Atome mit ihren Protonen im Kern und den Elektronen auf der äußeren Schale und so weiter folgendes. Susi, die Natur strebt immer nach Gleichgewicht. Alles, was existiert, will in dem Zustand sein, in dem es die wenigste Energie verbraucht und in dem es am gleichmäßigsten schwingen kann. Deshalb gibt es Atome und Elemente, die besonders bindungsfreudig sind, wenn sie sich treffen. Sie fühlen sich sozusagen magisch angezogen voneinander. Der eine hat was über, was dem anderen fehlt und wenn sie sich verbinden, herrscht für beide ein ausgeglichenes Energieverhältnis. Wenn ich das richtig verstehe, leben wir also in einem Universum, das sich selbst organisiert, in dem es dafür sorgt, dass Dinge sich gegenseitig anziehen und verbinden, die sich brauchen und im Umkehrschluss, wo sich die Dinge, die sich nicht brauchen, gegenseitig abstoßen. Auf der Ebene der Tiere würden wir hier vielleicht von Instinkten sprechen. Und bis hierhin, bis zur Tierebene, läuft der Laden also von selbst. Und dann gibt es da eine einzige Ausnahme. Denn auch das Universum will ein bisschen entertaint werden, immerhin wabert es ja schon ziemlich lange vor sich hin. Den Menschen. Die Krone der Schöpfung hat nämlich etwas, was Atome, chemische Elemente, Pflanzen und Tiere nicht haben. Den freien Willen. Und natürlich den Teufel, der wie immer im Detail steckt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Teufel weder in der Bibel noch in Goethes Faust einfach so irgendjemandem Schaden zufügt? Er kommt immer nur, um zu verhandeln. Um die Menschen zu verleiten, Dinge zu tun, die zwar reizvoll sind, die ihnen aber eigentlich nicht gut tun. Und erst, wenn die Menschen sich dazu entscheiden, diese Dinge zu tun, der Versuchung zu erliegen, erst dann wird der Teufel handlungsfähig. Faust hat sich auf einen Deal mit ihm eingelassen und, naja, wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Es gibt doch eine Geschichte von Jesus, der ewig durch die Wüste latscht und irgendwann den Teufel trifft. Er mag sich in allerlei Gestalten verwandeln können, aber die Verkaufsmasche des Teufels ist immer dieselbe. Er hat es auch hier in der Wüste mit Jesus mit großen Versprechungen wie bei Dr. Faust probiert, von wegen, wenn du mir folgst, mache ich dich zum Herrscher über diese Welt und so weiter. Aber Jesus hat natürlich seine Verkaufsmasche durchschaut und meinte dann nur so, nee, lass mal gut sein, habe ich keinen Bock und so und ging auf den Deal nicht ein. Deshalb konnte der Teufel ihm auch nichts tun. Nicht der Teufel hat die Macht, sondern der Entscheider. Und der wiederum hat es nicht leicht mit seinem freien Willen, denn der Teufel lauert an jeder Ecke. Er ist quasi ständig auf Promotour. Zum Beispiel in Form einer sehr anziehenden Person, die nicht dein Ehepartner ist. Oder in Form eines besonders schönen, teuren neuen Smartphones, was du dir eigentlich im Moment gar nicht leisten kannst, aber trotzdem gern kaufen würdest. In Form von McDonald's, das so pervers gut riecht, wenn du daran vorbeiläufst, während du auf Diät bist. Oder in Form von viel zu vielen Überstunden, die dich energetisch zwar vernichten werden, an deren Ende aber vielleicht irgendwann eine Beförderung oder zumindest die Anerkennung deines Chefs auf dich wartet. Und das ist der freie Wille. Wir finden nämlich nicht nur Sachen anziehend, sondern wir können sie ansehen und sortieren, bevor wir uns ihnen hingeben oder uns von ihnen entfernen. Das Problem ist also nicht das luziferische Prinzip der Anziehung, das unser Universum entstehen lassen hat und bis heute im Kern zusammenhält, sondern die Verführungen, denen wir hin und wieder erliegen, weil sie uns kurzfristig ein Gefühl des sich Wohlfühlens, der Befriedigung verschaffen, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass dies nur sehr kurz weilen wird, bis uns die Konsequenz, also Mephisto, einholt. Der Teufel steckt also nicht immer nur im Detail, manchmal steckt er auch in Cheeseburgern, Smartphones oder Überstunden. Der Teil der Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. So, das habe ich mal wieder gebraucht. Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus mit Jesus und Faust und dem Teufel? Ah ja, wenn du im Burnout steckst und einen Weg daraus suchst, ist es also sinnvoll, nachdem du dich gefragt hast, wo du stehst und dir deinen Energiebarometer angeguckt und Bilanz gezogen hast, dich zu fragen, wo du eigentlich hin willst. Was ist dein Ziel? Was sind deine Wünsche? Regelmäßige Essenszeiten einhalten? Oder vielleicht mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen? Was auch immer es ist, denk an den Teufel auf Promotour. Bevor du etwas tust oder eine Entscheidung triffst in deinem Alltag, gleiche sie mit deinen Zielen ab und frag dich, ist das, was ich jetzt tue oder vorhabe zu tun, zielführend? Unterstützt es meinen Weg zu dem, wo ich hin will? Diese Frage hilft dir, deine Prioritäten im Auge zu behalten und über Stunden abzulehnen, wenn dein vorrangiges Ziel innere Ruhe oder Zeit mit den Kindern lautet, statt schnellstmöglicher Beförderung. Und bevor ich jetzt gleich zum Mantra der Woche und den beiden alternativen Enden für die Einstiegsgeschichte komme, lass mich dir nochmal kurz von meinem Alltagsorientierungstool erzählen. Von einem südamerikanischen Volk vor Jahrtausenden entwickelt, ist es im Laufe der letzten zehn Jahre zu meinem treuesten Begleiter geworden. Dieses Volk erschuf und vergrößerte sein Reich beständig. Sie waren unglaubliche Baumeister und versierte Astronomen und gelten bis heute als eins der kriegerisch erfolgreichsten Völker, die die Erde je gesehen hat. Wie auch immer, dieses Volk glaubte daran, dass alles im Universum verbunden ist und dass uns deswegen sehr viel mehr Informationen zur Verfügung stehen, die um uns rumwabern, als unser Geist fassen kann. Wenn du dich jetzt an Folge vier aus der ersten Staffel erinnerst und daran, dass dein Geist und alles, worauf du bewusst zugreifen kannst, nur die Größe eines Daumennagels hat, während dein Unterbewusstsein so groß ist wie ein Fußballfeld, dann kann ich dir nur zuzwinkern und sagen warm, warm, wärmer, genau. Um auf diese universellen Informationen zugreifen zu können sozusagen, glaubten sie, müsste man sich in der Mitte dieses Informationsstroms befinden. Mittendrin statt nur dabei sozusagen. Und so entwarfen sie sich ein Schema, ein Werkzeug, welches sie ihr Leben lang nutzten, um den für sie besten Lebensweg zu finden und auch, um im Alltag zu überprüfen, ob sie noch in der Mitte des Informationsstroms waren oder, wenn nicht, was sie tun mussten, um wieder in ihre Mitte zu kommen. Dieses Tool nannten sie den achteiligen Himmelsort. Denn wer in seiner Mitte ist, verbraucht die geringste Energie und fühlt sich wohl und sicher. Er schwingt gleichmäßig, er ist im Balance. Der achteilige Himmelsort besteht aus sechs Orientierungspunkten. Wir haben heutzutage auch zwei Orientierungspunkte, an denen wir uns und die ganze Gesellschaft sich orientiert. Ort und Zeit. Das sind die beiden Fragen, die wir uns stellen, wenn wir auf der Suche nach guten Entscheidungen sind. Ist das hier der richtige Ort dafür? Ist es die richtige Zeit, dies oder jenes zu tun oder zu lassen? Das sind gute Ansätze, gute erste Orientierungspunkte, deshalb sind diese beiden auch im achteiligen Himmelsort enthalten. Aber sie sind eben auch rein physikalisch und finden nur im Außen statt. Denn Ort und Zeit sind nicht in dir, sondern um dich herum. Um in unserer Intuition, unserem Infostrom zu sein, um abschätzen zu können, ob wir auf dem richtigen, auf unserem Weg sind, um da zu sein, wo wir uns wohl und stabil fühlen, müssen wir uns auch noch nach der persönlichen Absicht fragen, die jeder von uns hat. Deine Lebenszeit ist begrenzt, also Wofür glaubst du, bist du hier? Womit möchtest du den Großteil deines Lebens verbringen? Was hast du dir zur Aufgabe gemacht? Was erfüllt dich? Was ist das, was dich eines Tages zufrieden die Augen schließen lassen wird, weil du es gelebt und nicht verpasst hast? Die Antwort darauf kommt mit auf die Liste deiner Orientierungspunkte. Wenn deine Antwort zum Beispiel ein neues Leben in Amerika beginnen lautet, steht da jetzt Ort, Zeit, neues Leben in Amerika beginnen. Ein weiterer Orientierungspunkt, den dieses alte Volk hatte, lautet der göttliche Plan. Das meint im Grunde nichts anderes, als Dinge im Einklang mit dem Großen Ganzen zu tun. Wenn du also ein neues Leben in Amerika anfangen willst, dann solltest du dein Startkapital dafür nicht woanders klauen, niemanden umnieten, nur damit du ins Flugzeug kommst und eben auch sonst kein Leid anrichten. Den sechsten Orientierungspunkt lasse ich entfallen, da dieser zu eng und tiefgreifend mit ihrer Religion verknüpft ist, um das hier kurz zu umreißen. Trotzdem hast du jetzt also fünf weitere Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du wissen willst, ob du auf deinem Weg bist. Schreib dir also unter die ersten drei Fragen auf deinem Blatt Frage Nummer vier bin ich ruhig genug, um sicher zu sein, dass ich meine Intuition höre und sie nicht verwechsel mit dem verkleideten Teufel auf Promotur. Die fünfte Frage lautete befinde ich mich am richtigen Ort, um mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die sechste Frage ist es die richtige Zeit, um mein Vorhaben in die Tat umzusetzen? Die siebte Frage lautet ist das, was ich mir vorgenommen habe, etwas, was mir hilft, meine persönliche Absicht umzusetzen in diesem Leben? Und die achte und letzte Frage wird das, was ich vorhabe, keinen Schaden an mir oder der Welt um mich herum an richten? All diese Fragen kannst du dir stellen, wenn du auf der Suche nach deinem Weg bist. Du kannst sie dir aber auch zu jeder Zeit stellen, um zu überprüfen, ob du immer noch auf deinem Weg und nicht aus Versehen davon abgekommen bist. Seinen Namen hat der achtheilige Himmelsort unter anderem daher, dass dieses Werkzeug als Kreis dargestellt wird, der von den Orientierungspunkten durchkreuzt wird. Das sieht dann am Ende aus wie ein achtheiliges Tortendiagramm. Der Mittelpunkt des Kreises symbolisiert den bestmöglichen inneren Standpunkt, den man haben kann, mit einer unverklärten Sicht auf die Dinge und das eigene Leben. Das im Gleichgewicht sein, der Zustand mit dem geringstmöglichen Energieverlust. Ein himmlischer Ort, wenn du mich fragst. Und nun kommt das Mantra der Woche. Der Honig schmeckt wundervoll. Das Gefühl der Orientierungslosigkeit und der Überforderung sind ganz normal und sehr, sehr häufig zu finden im Burnout-Prozess. Vielleicht geht es dir wie dem Jäger im Brunnen. Du hängst mit einer Hand an der Wurzel und du weißt, dass du dich nicht ewig festhalten kannst. Alle Auswege scheinen versperrt. Nach oben von dem Tiger, der dich fressen will, nach unten von der Schlange, die auf dich lauert. Hier kommt mein Kurs nochmal ins Spiel. Denn was du in einer solchen Situation brauchst, ist ein klarer Kopf und ein verdammt guter Plan, ohne noch mehr in Stress zu kommen. Ich habe es mir in den letzten Wochen und Monaten zur Aufgabe gemacht, einen Kurs zu entwickeln, der einfach umzusetzen ist. Der ist dir ermöglicht, für jeden einzelnen Lebensbereich herauszufinden, was genau dir fehlt, was genau du brauchst, damit du deinen Weg aus dem Burnout gehen kannst, ohne dich zu überfordern oder gar zusätzlich damit zu belasten. Und das Ganze dann am besten noch unabhängig davon, wo du gerade bist oder was du gerade machst. Ein mobiler Kurs sozusagen. Jetzt hast du die Möglichkeit, ohne viel Aufwand, alles, was in dir und in deiner Umwelt schlummert, zu sortieren, herauszufinden, was dir helfen wird und es in deinem Alltag mühelos umzusetzen, sowie immer wieder zu überprüfen, ob bist und wie weit du auf deinem Weg schon gekommen bist. Das funktioniert deshalb so gut, weil der Kurs auf das Unterbewusstsein abzielt. Während der gesamten Kursdauer hast du zusätzlich die Möglichkeit, auf Entspannungsübungen zuzugreifen, die dein Selbstbewusstsein stärken, deine Ängste abbauen, deine Energie auffrischen und das Loslassen des inneren Drucks unterstützen. Auch diese Übungen sind sehr, sehr einfach, aber für den Podcast eben nicht geeignet, da es reine Körperübungen sind, die ich dir nicht erzählen kann, sondern einmal vormachen muss. Zu dem Kurs gibt es eine eigene geheime Facebook-Gruppe, wo du dich bei Bedarf jederzeit mit den anderen Teilnehmern über den Kurs austauschen kannst. Und einmal wöchentlich komme ich mit dazu. Solltest du Fragen haben, kannst du sie mir dann an diesem Tag stellen. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei elf Teilnehmern. Wie du weißt, ist heute auch mein erstes selbst geschriebenes Buch zum Podcast mit veröffentlicht wurden. Und da der Kurs erst im Januar beginnt, bekommst du direkt nach der Bezahlung dieses Buch zum Download als E-Book als Geschenk von mir dazu. Dann kannst du erstmal ein bisschen schmökern, Weihnachten und den Jahreswechsel hinter dich bringen und im Januar 2019 neu durchstarten mit deinem Plan für deinen ganz eigenen Weg aus dem Burnout. Falls du zu Weihnachten jemanden beschenken möchtest, der den Podcast nicht kennt, aber eine kleine Leseratte ist, kannst du mein Buch übrigens auch in echt also als Hardcover auf meiner Webseite bestellen. Also schau unbedingt vorbei auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de und guck dir alles in Ruhe an. Den Link findest du natürlich wie immer im Beschreibungstext dieser Episode. Und nun bleibt mir nicht mehr viel, außer dir noch die beiden Alternativen enden, unsere Einstiegsgeschichte zu erzählen. Versprochen ist schließlich versprochen. Also der Jäger hängt im Brunnen und klammert sich an diese alte morsche Wurzel, die von den Ratten angenagt wird. Oben schlägt der Tiger mit seinen Pranken nach ihm, unten zischt die Schlange und richtet sich auf und wartet, dass ihr Futter endlich vom Himmel fällt. In der Originalvariante dieser Geschichte stößt unser Tiger bei dem Versuch, den armen Jäger mit seinen Pranken im Brunnen zu erwischen, etwas zu sehr an den Baum, an aggressiv, greifen Jäger und Tiger an. Der Jäger hält es nicht aus, er muss loslassen, stürzt in den Tod auf den Boden des Brunnens, wo die Python sich über die gelieferte Mahlzeit hermacht. Und in der zweiten Variante lehnt sich der Tiger bei dem Versuch, ihn im Brunnen mit seinen Pranken zu erwischen, etwas zu weit über den Brunnen rannt und verliert das Gleichgewicht. Er stürzt hinab, bricht sich das Genick und begräbt die Schlange unter sich. Der Jäger jedoch kann rausklettern und nach Hause laufen, wo er seine Familie glücklich in die Arme schließt. So ist es mit Lebenskrisen. Manchmal ist innehalten und deine Mitte suchen das Einzige, was du tun kannst. Und manchmal ist genau das ausreichend, weil sich im nächsten Moment alles in Wohlgefallen auflöst. Wenn du schon keinen Ausweg findest, such also zumindest nach dem Honig. Deine Susi und ausreichend Untertitelung. BR 2018